Wie ihr seht, der Handschuh hat hier an den Stellen, wo er am meisten benutzt wird, nochmal ein extra Kunstleder oder Leder, keine Ahnung, irgendwas draufhängt, damit er länger durchhält. Und wie ihr seht, am Zeigefinger und am Daumen so ein Touchteil drauf. Damit kann man dann wohl angeblich auch das Handy oder das Touchpad bedienen. So, dann gucken wir mal. Unser Touchpad und jetzt der Zauberfinger. Tatsache. Jetzt mal rückwärts. Perfekt. Ja, also damit seht ihr, ihr könntet das Ding wirklich gut nutzen an der Stelle. Hier haben wir diese Teile, mit denen man dann, diese Teile, mit denen man dann das Touchpad besser bedienen kann. So, was haben wir für Handschuhe? Wir haben solche Handschuhe, die man hier schön zumachen kann, mein Favorit. Dann haben wir solche Stretchhandschuhe, die haben wir in Unigrößen, das ist M, dann haben wir L und XL. Und wir haben echte Lederhandschuhe, die genau den selben Effekt haben. Und zwar, seht ihr das hier, da. Und hier. Ja. Okay. 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 Okay.